Hallo und herzlich willkommen auf Juvamia Entertainment. Wenn ihr noch kein Juvamianer seid, dann abonniert diesen Kanal und betätigt die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und heute, wie ihr sicherlich wisst, ist der 1. Dezember. Es werden deutschlandweit und auch in anderen Regionen die Türen wieder geöffnet. Nicht eure Haustür, sondern die Türen des Adventskalenders. Und auch wir, nach der klassischen Juvamianer Tradition, haben einen Juvamia Adventskalender, den Juländer, für euch vorbereitet. Und wie beginnen wir den 1. Dezember am besten? Ja, ich denke mit einem Rückblick auf den Kalender des letzten Jahres. Und schauen wir mal nach. Ja, isn't that amazing? In Christmas times. We'll be chillin' and havin' a good, good time. Doesn't matter if the snow is fallin' Or the wind blows and the rain is fallin' It will always be Christmas in my heart But this year I Wanna hang out with my friends and family Making angels in the sand you and me Doesn't matter if it's Christmas in my heart And I can promise Santa's coming to visit No, he wouldn't miss this In Christmas times Oh, 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 oh And the sun set it It's just get better on a blanket With the skyline painted in blue Das war's mit unserem Rückblick Zum Adventskalender 2017 Vom letzten Jahr Und was hat es überhaupt mit dem letzten Video auf sich? Ja, warum wurde es gesperrt? Geblockt? Das erfahrt ihr morgen Und falls euch das Video gefallen hat In der Adventskalender Dann abonniert diesen Kanal Denn mit jedem weiteren Jübermianer Können wir diese Welt erobern Und in diesem Sinne Ciao, ciao Here we go Alright Now this Christmas We're gonna dance Okay Come on